BRUCHSTRANDUNG 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 Hey Leute, gute Idee! Guter Name! Meine Frau hat mich verlassen und ich weiß nicht wie so. DK Also sofort wieder zurück. Schau mal, du landest voll auf deine Fäusten, die sind wahrscheinlich gebrochen und ich komme mit meinem kleinen schwulen Affen-Jetpack. Schlag, Schlag, Schlag! Was ist das denn? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Was ist das? Sind das tote Fische einfach? Oh, das ist ne gute Idee! Weg, Tot, Totaffe! Also, die Wikinger-Pinguine sind ein weiteres Mal zurück. Und sie meinen nicht Gutes. Schlag das zusammen. Was ist das? Wie kommen wir da hoch? Oh, ich hab voll vergessen, dass wir schwimmen können. Ja, Affen können nicht schwimmen, das ist nur ein Mythos. Hätte, geh da runter. Geh durch die guten Algen. Was ist das für ein Scheiß? Ha! Danke, komm, komm, komm! Ah, es kommt da unten durch! Was für ein Scheiß-Spiel! Wo können wir da eigentlich die Angelo? Du bist ein Lügner! Was ist das? Oh, wir können uns da festhalten! Geh wieder nach oben! Ich bin wieder aufgestiegen wie so ne Affen-Bitch! Wie ein Affen-Parasit! Runter! Geil! Das ist die Zukunft, ladies and gentlemen! Ah, man muss gedrückt halt, ne? Was ist das? Anthony, was ist das? Schau diesen Dodo an! Warum hat er einen Rettungsring? Warum braucht ein Dodo einen Rettungsring? Funny Dodo! Funny Bird! Funny Dead Bird! Extinct! Gehen wir unter das Schiff und machen Löcher rein! Dann trinken alle! Wow, diese Folge ist gerade besonders stark durch mir! Papa, weißt du was? Es heißt nicht umsonst! Darky-Dow! Nein, tut es nicht! Das K in Dark steht für K. Geh da hoch rein! Fuck! Schau mal, ich hab nen Jack-Pack und so nicht! Weißt du was ich gern spielen würde? Was denn? Nicht dieses Spiel! Weißt du was ich gern spielen würde? Monopoly! Mein Gott! Ich hätte jetzt echt gern Bock so viele Straßen zu kaufen, dass ich mir ein ganzes Monopol bauen kann! Wie der Name schon besagt! Hey! Pinguin! Haschne! Tot! Zerschlag es! Ja! Good Girlfriend! Ah! Da war Dixie-Kang drin! Fuck! Da hätten wir uns die Bananen holen können! Wo? Wo? Das war der erste Level vorher, ja? Und was haben wir gekriegt? Nicht alle Puzzleteile! Wie ist das? Ah! Er ist tot! Mach jetzt! Kaputt! Ich versuch's doch! Mach kaputt! Geil! Komm jetzt her! Was machst du da? Ah! Ah! Shit! Ja, das hol ich mir jetzt! Der ist wieder böse! Wer? Ja, der Pinguin! Der böse Pinguin! Oh nein! Der ist tot! Hoppa! Hey! Ui! Hast du das gesehen? Wenn wir gleichzeitig... Mach mal! Was ist das? Die Dong-Lawine? Ja! Shit! Alter! Ich auch! Warte! Wir können da so hoch! Durch die Macht der Freundschaft! Die Macht des Juju! Die Macht des Juju! Ich find das war ein sehr guter Karton, okay? Gute Charaktere! 1-A-Animation! Wahrscheinlich hätten wir da auch nicht gekissen! Wir verwenden überall Kisten, obwohl wir das nicht tun sollen! Alter! Das nervt mich grad richtig! Geh jetzt mich auch rein! Ich mich nervt, wie breit... Wie... Wie... Ich will einfach nur Pinguine umbringen! Nein! Das hast du noch nicht kaputt machen! Ich mach was ich will! Du dummer Aff in den Arsch! Ja! Kann ich dich nicht nach oben werfen? Nein! Versuch's doch! Du wirst mich nicht los! Okay! Versuch's mir jetzt nochmal! Ich will dieses K! Ich weiß es nicht so! Fuck! Bring nicht Pinguine um! Ich hab gesagt, bring nicht Pinguine um! Und was machst du? Ich bring... Du bringst... Oh! Bonus! Eine Nurse aber mit extra Bo! Okay, los! Oh scheiße! Okay, los geht's! Yeah! Oh fuck! Nein! Ich muss nicht, dass man da springt, weil ich das wissen soll! Geil! Das ist ein gutes Ergebnis! Lächelt nicht so, als hättet ihr was erreicht! Geh mir doch mal rein! Oh scheiße! Arschlöcher! Oh man! Das ist voll mies! Mann! Dieses scheiß... Verdickten Pinguine! Gott! Ich hasse dieses Spiel! Alter, endlich! Dieses Spiel ist richtig geil! Beste Spiel mein Arsch! Das beste Spiel mein Arsch! Ich töte, sterb jetzt! Geh doch rüber! Geh doch! Arsch! Schlag mich nicht, du Schwuckleiter! Du scheiß Affenarsch! Jetzt werd ich da hochgegangen! Hör auf die Pinguine! Hör auf die Pinguine! Ich schau dir das an! Ha! Toter Pinguine! Das ist das Chicken Wing! Komm her jetzt! Ne! Komm her jetzt! Nein! Ich hab deine Chance und du hast die Verwandt! Fuck! Okay, wir warten bis der rüberkommt! Wir warten bis der rüberkommt! Fütter Sack ey! Alter! Ich klau deine Familie! Scheiße! Ich klau deine Familie! Okay, jetzt komm! Komm! Wie lang sind wir? Sechs Minuten! Warte! Ich hab ne Idee! Yes! Nein! Komm her jetzt! Warte doch! Hab's! Was machst du da? Was denn? Nicht! Hast du das schon gemacht? Ver... Was ist das? Haifisch? Ah fuck Scheiße! Ich hasse Haie! Schau mal, der sieht so aus der Haie! Na na na! Siehste Haie! Siehste Haie! Mia mia! Warte! Da unten ist so viel Zeug! Okay, ja! Du hast einfach nicht den siebten Sinn! Hast du nicht! Den einzigen, den ich hab Angst mache, ist meine ganze Familie! Ah! Tripophobia! Getriggert, Alter! Was sind Tripophobia? Shoutout! An mal meine Haie-Freunde! Haie! Haie! Ah, der Haie hat mich fast umgebracht! Oh, Schwein-Bacon! Yum, yum! Was machen wir jetzt? Oh, jetzt lernen wir was über die Rolle! Was? Das wusste ich schon! Nein! Wir lernen's erst jetzt, Anthony! Jetzt bitte! Oh, fuck! Sorry! Ich werd grad voll ausgerufen! Ey, die kommen hier rüber! Was denn? Du hast echt nicht den Sinn für die Boni, hab ich recht! Oh, ist nix! Ha! Und was ist mit jetzt? Fuck! Mach das mal besser! Fuck! Ah! Ja, man kann hier doch abspringen, oder? Ja! Ha! Was war da drin? Gar nix? Puzzleteil! Puzzleteil! Ich mein, wir können sowieso nicht mehr alle kriegen, weil wir den Bundestag verloren haben! Den Bundestag verloren haben! Ja, genau! Oh, scheiß Dodo! Stell dir vor, Donkey Kong hat eine Partei! Hm! Wie würde sie heißen? SPD? Nee! Nein! Oh, du bist dumm! Aber jetzt gehen wir zurück zu Yummy Baking! Und wir gehen nach oben zum Mond und sterben an Sonne! Verpiss dich! Du Mistgeburt! Wir haben gewonnen! Ich hasse dich! Versuchen wir's nochmal! Aber gut! Ha! Was ist hier überhaupt ein Puzzleteil? Das haben wir schon! Geil! Okay, versuchen wir jetzt mal nicht scheiße zu sein! Scheiße! Fuck! Ich bin fast nicht drauf! Das Spiel ist echt schwer! Nee, weißt du was? Die Steuerung ist irgendwie kom... Ich! Ich! Rolle! Rolle! Rolle doch! Rolle doch! Warte, ich hab langsam die Schnauze voll von der Steuerung! Ich will nicht mehr diese scheiß verfickte! Ich will ändern! Konfigurieren! Konfiguration! Ja, genau! So! Ja! Hä? Was machen wir's damit? Was? Das müssen wir uns zusammenschlagen, oder? Oder können wir da drauf landen? Wer weiß! Das ist doch gekommen! Man weiß nicht, dass man erwarten kann! Hä? Na ernsthaft! Ich hasse das, wenn man ins Wasser kommt und dann kann man nicht sofort rauskommen! Verstehst du was ich meine? Lass mich... Lass mich hier raus! Bring mich um, Alter! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Ey, befreie mich bitte! Asche! Befreie mich! Warum spawnst du dort? Ey! Wieso spielst du freizügig in sie? Ich mag das nicht! Was freizügig? Was ist da freizügig? Weil die Hauptcharakteren alle ohne Hosen laufen! Ja, zum Beispiel! Ich hasse das! Au! Lass uns darüber gehen! Oh fuck! Was ist das denn? Was denn? Anthony, das was du eben eingesammelt hast vielleicht? Wie war's damit? Okay! Was ist das? Huh! Eine Rolle, hä? Ah! Das ist krasser Scheiß! Ich muss das sagen! So, jetzt liegt sie die Steine im Arm! Ich hab... Ja! Ich hab noch nie etwas so krasses gesehen in meinem Leben! Was war das jetzt? Was hab ich gemacht? Hä? Was hab ich gemacht? Hör einfach Scheiß auf mich zu schmeißen! Nein! Okay! Ich sterbe! Nein, doch nicht! Hier bin ich! Ah! Das ist ein Puzzleteil! Hast du's? Nein! Da ist es! Yum! Puzzleteile sind sehr nahrhaft! An Vitamin C, B, 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 B! Boah, das war echt super versteckt! Hast du gesehen wie gut ich war? Sammle alle Bananen und du kriegst... Kurt! Kürbis! Geil-O-Matico! Wenn man die alle einsammelt, kriegst du ein Potenzial! Wirklich? Ja! Machen die das echt so scheiße! Ja! Guck! Nein! Warum belügst du mich, Anthony? Ich hab die Schnauze voll von deinen Lügen und deiner... Ah! Drei Bananen! Ah! Tot! Fetter Fisch! Fett Fisch! Fett Fisch! Fett Dead Fisch! Anthony, du weißt schon, dass wir Luft haben! Ey! Was machst du da? Shit! Komm, raus hier! Raus hier! Ich, I, I, I want to break free! Shit! Pass auf! Ich denke, wir haben sie falsch gemacht! Obwohl es mir nicht so richtig... Obwohl es mir so gut wie scheißegal ist! Affe! Was macht dieses Schwein schon wieder hier? Erst zweiter Checkpoint! Warum bra... Warum brauchen die so lang? Lass mich... Ah! Die verlieren alle... Ich befreie mich! Befreie mich, bitte! Scheiße, 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 scheiße! Naja! Fast bin ich gestorben, nur durch... Oh Gott, hier bis unten! Ups! Super, super Max! Ich muss ja hier alles einsammeln! Äh, hi, verfolge mich! Ich sag Hallo Hi! Ah, Pilz! Hi, sagt Hi! Pilz? Es gibt keinen Sinn! Es gibt keine Pilze in diesem Spiel! Es gibt nur Bananen! Überall! Nur Bananen! Du bist eine Banane? Ich bin eine Banane! Jeder, der ihn nicht kenne, ist eine Banane! Also ich... Ich bring dich um! Ne, doch nicht umbringen! Du musst auf dich sprechen! Ich weiß! Wir können da runtergehen außerdem! Also... Lass uns da runtergehen! Komm doch! Was? Komm doch runter! Ich geh doch runter! Du bist zu leicht! Ich bin nicht so leicht! Ich bin Dinko! Okay, gut! Das gibt Sinn! Also, lass uns wieder zurückgehen! Der Beste dann! Ha! Erwischt! Komm rüber! Au! Bananen! Denkst du, wir kriegen ab 100 Bananen leben? Oh, geil! Wir kriegen so schon eine Banane! Warum sind es Balance hier? Balance! Warum sind es hier Balance? Wow! Okay, los geht's! Wir sind doch alle einsam! Ja, wir sind doch schief! Oh, warte, warte! Und jetzt! Max, du musst auch auf mich achten! Du bist schiss! Ich meine Schuld! Okay! Okay, ich geh hoch! Soll ich runtergehen? Lalalala! Lass den Scheiß! Oh, warte! Warte! Wenn ich jetzt... Pass auf, Alter! Warum machen die das so total? Duck dich! Ha! Und ich sterbe in dem Ballon! Ich wollte gerade zu dir rüber! Ich weiß! Und wir gehen zum Mond und sterben! Fuck, wir sterben! Verlieren wir all unsere Ballons dadurch! Nein! Das Leben geht einfach! Was für ein Scheiß! Hey! Was für ein Scheißdreck! Okay, will ich mich da nochmal runter? Nein, warum? Doch, weil da unten ist ein Pistote! Aber wir haben es doch schon eingesammelt! Hey! Doch! Hör auf! Einfach Dixikon reinzuschmeißen! Lass mich da runter! Warum können wir da nicht hoch? Ich hasse Grashöpfer! Ich erschieß dich! Aber wir müssen wieder von neu anfangen! All diese Bananen einzusammeln! Ne, ne, ich würde es leider nicht nochmal machen! Ich auch nicht! Also komm! Jetzt schaffen es! Ja, natürlich! We just have to believe in ourselves! Okay, ich mach's nur! Ich mach's nur! Und... Los! Du bist ein bisschen näher zu mir! Okay! Ah! Fuck! Scheiße! Ah, das ist ne Münze! Sammeln sie wenigstens ein! Wieso soll ich das? Ich take the Dong with me! Gott, tot! Endlich, komm her! Duck dich! Duck dich! Duck dich! Duck dich! Duck dich! Okay, komm rein! Komm rein! Wir haben keine Balance! Fuck! Und... Los! Los! Schlag! 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 Ich konnt nichts machen! Kannst nur du machen oder was? Ist mir scheißegal! Also ich bin ganz allein! Dong ist für immer raus! Aus diesem Spiel! Also jeder der jetzt sagt wo kam! Sel 69! Daaayayayia!